guten tag liebe damen und herren und die loot tour geht auf jeden fall weiter wir haben hier wieder einen angriff beziehungsweise ja einen gegner der einfach angegriffen werden möchte der einfach mal viel zu viel loot da hat das ich meine könnte ja sein dass ihn sonst jemand anders angreift da müssen wir natürlich gucken dass wir das verhindern können und dann eventuell selber angreifen ganz klar ich meine was will er denn mit so viel loot mal also ich meine braucht er ja gar nicht ist ja unnötig und dann rennen wir hier mal schön durch würde ich sagen durch die mauer sollte es sogar so sein dass sie erst hier schön alles platt machen ganz genau jetzt gucke ich mal schicke ich die jetzt wirklich ah nee jetzt würden sie da lang rennen dann würde ich mal sagen ablenkung mit der queen und dann sobald der magiaturm down ist da noch kurz die goblins hinschicken und dann ist das ok vielleicht brauchen wir die gar nicht mehr aber dann wird die queen vielleicht gar nicht angehittet ist jetzt auch nicht verkehrt weil die goblins habe ich eh da ich habe den boost drin läuft also passt zack zack richtig nice wieder richtig guten loot bekommen so oder haben wir den nächsten den wir überraschen möchten mit unserem besuch surprise motherfucker so jetzt gucken wir mal hier noch ein rage rein ich denke das war nämlich das problem ganz genau ich dachte mir die werden doch garantiert seitlich reingehen und darauf habe ich einen keinen bock aber so ist es ja genau in dem bereich sollen sie was tun ganz genau das war das schön blut mitnehmen so jetzt gucken wir mal was jetzt die queen hier noch reißt ja ich meine die haben hier ist auch noch der bereich wo halt gold zu holen ist würde ich das auch noch mitnehmen so ist ja nun nicht ich sag mal was ich kriegen kann das nehme ich nur noch mit und ich meine wenn die mauer schon mal zerstört ist gegen die mega kobold schlange kann der magiaturm auch nichts machen ganz klar die war dann einfach too fast ist okay gewesen passt läuft weiter so sieht echt gut aus man müsste so eine art countdown hier haben wie es hier momentan aussieht mit meinen mauern was waren es ich glaube 13 richtig 12 nur noch holy moly das ist einfach so wirklich vor dem update dann natürlich noch mal nach dem update aber ganz ehrlich also viel mehr toppen kann man das jetzt eigentlich gar nicht ich gehe jetzt gleich noch mal kurz in den angriffs log rein um zu gucken man darf dann halt wirklich nicht vergessen also es sind ja nicht immer nur diese dieser mega loot sondern halt wirklich auch in welcher zeit das dann halt eben gemacht wurde das ist dann eben der unterschied hier zack fast 300 hier einfach mal 700 innerhalb von sieben minuten einwandfrei hier passt 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 da muss man sich gar nicht schämen für hier der hier war low aber echt cool also auf jeden fall passt das okay beim okay dann schaue ich mal rein gucken wir mal da die cw angriffe rein wie das so im achso ich muss mich nicht dass ich hier jetzt hier im cw drinne bin ich bin definitiv draußen ich will nicht irgendwo anders mit 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 machen ja schön in den angriff rein so karte ansehen dann gucken wir mal hier mein team ne beziehungsweise kriegsereignisse wollen wir mal schauen was wir hier so hatten der zehnte hat den achten zerstört okay das war ja nun rathaus level 9 ha 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 auf dem stand von einem siebener rathaus aber ja fast so sah meine base am anfang aus also jetzt nicht vom layout aber ist ja nun mal so level 68 townhall 9 Was willst du da können Das ist natürlich klar und dann wirst du natürlich gnadenlos rasiert Und ich denke mal wirklich besonders jetzt hier townhall 10 oder townhall 11 war die dann gerusht sind Da ist halt irgendwann kein bock mehr du kriegst erstens kein loot Und wirst dann halt irgendwo auch nicht ernst genommen Ich weiß es halt ja selber am besten wie wie krass das eben war sich da halt wirklich jedes mal anzuhören oder anhören zu müssen Oh hier du bist ja total gerusht du bist total gerusht hat man irgendwann auch keinen bock mehr drauf Ja die sachen sind natürlich dann jetzt logischerweise nicht mehr der fall ganz klar Schön mit drachen die nummer acht platt gemacht aber wie gesagt im unteren bereich ist das natürlich auch gar nicht weiter wild da kriegt man halt Jeden relativ easy dann auch Zerfetzt So hier haben wir wieder einen der denke ich mal Unsere hilfe braucht seine ressourcen ausgeben zu können Kriegen wir hin denke ich mal hier erstmal schön halt das wegspam Und dann gucken wie wir ich denke mal durch die ecke hier weil da ist der a der eine die genau genau Termin werfer kann die noch nicht an fixieren oder an visieren nicht an fixieren Gucken wir mal hier noch mal ein rage rein dass der relativ gut hält Jo passt und dann sollten die gleich Zu denen genau zu den lagern gehen und dann passt das Genau hier haben wir mal richtig spaß Noch das dunkle ja okay das dunkle ist jetzt nicht viel Aber passt hier noch mal schön ein bisschen was gold geklaut läuft So den greifen wir auch mal an hier holen wir uns mal ganz kurz das elix auf jeden fall Und dann würde ich sagen hier Und da haben wir sogar noch ein gold lager die hatte er schön Schön außen versteckt so nach dem motto sondern wird schon keiner merken Und die habe ich dann aber doch bemerkt würde ich jetzt mal ganz knallhart sagen Warten wir mal ein bisschen was, hauen wir mal ein rage drauf Und dann hauen wir auch mal richtig den rage auf den Ach die Das gold lager ist noch gar nicht komplett geknackt Jetzt aber läuft auf jeden fall passt Nichts ja was heißt nicht zu viel hau raus hau raus die jetzt sind sie eh drinnen Queen regelt definitiv noch Schön läuft sehr geil und die goblins nehmen ihr denn doch noch ein bisschen was an arbeit ab genau da sollt ihr hin rennen Und jetzt hier noch ein rage rein Kommt Mois hier ins Kriegen wir hin genau das dunkle wollen wir noch haben Nice nummer Ja jetzt ist ende aber guck mal Auch wieder ganz in ordnung Also ich bin ja noch der meinung das doch garantiert noch In dem boost die Ha vielleicht beiden mauern ich will nicht zu viel Sagen aber vielleicht also die eine auf jeden fall noch drin sein sollte Aber das denke ich mal seht ihr dann in der nächsten folge Ich guck mal dass ich vielleicht irgendwie wieder in den clan reinkommen dass ich wieder ein bisschen was gespendet kriegen kann ich sogar noch mal ein paar Clan truppen angreifen wäre vielleicht gar nicht so verkehrt das war es erst mal wieder also wie gesagt ich denke mal in der nächsten folge Könnte sein dass ich dann die mauern knacke haut mal rein also die nächsten zwei wieder bis dann Ciao